erst mal wieder hinsetzen halli hallo hallöde wir sind alles andere als blöde wir sind wieder am start hier und gehen in die halle der blitze an meiner seite glickner und belgien ich grüße euch hallöchen grüßli wo hier ein großer klotz ja das anwes fest ja geil mal drei vorwärts richtig los kann ich ja den drachen hier mal entsorgen also brauchen wir nicht mehr seit sechs folgen machen wir jetzt inis war kann das sein ja wir machen jetzt richtige in runs hier leute das wird auch noch ein bisschen so weitergehen weil wir wollen uns jetzt natürlich hoch möpeln du fang an ja echt nicht lang schnacken koppeln da passt mir bloß kein maulkorb ja hier die schild hier hatten hatten cooldown ja und so und da steht so rum und labert ich glaube die bin ich das war eine der einzigen inis sich wirklich regelmäßig geranken wegen uns im scheiß drop den ich hier haben wollte ja diese steine diese diese steine muss muss man so mal für die nie weil hier unten boss wohl irgendwas drop chance so als als epic loot oder so ach so ja ja passen warum kann ich auf diesen gegenstand nicht würfeln weiß wieso kann ich da keinen bedarf machen weiß ich nicht vielleicht weil ich weil der erst ab stufe 78 ist so ich glaube in dieser instanz ist mein kirchner meister auch arbeitslos ja 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 fände ich dann ziemlich barbarisch wenn du jetzt irgendwelche leute kürzern würdest ja vor allen dingen ziemlich barbarisch ne genau so ist das was ich mit der lotion einreiben hat so raue haut so stöpfchen können ihm aufhören hier vorzurennen die pisser man ist ein jäger jäger können sowas jäger können sowas nicht was siehst du doch der handel diskutieren doch nicht der kann halt wenn ich den sterben lasse wenn du den sterben lässt ja aber wir sind ja nette leute was wir sind nett never wir sind nicht nett wer ist hier nett ich glaube den boster genau den boster hinten den brauchen wir den general blablabla ja ich glaube der keine ahnung ich bin mir echt ich weiß es nicht mehr das ist schon echt lange her da bin ich hier mit meinem charme hunderttausend mal in diese inni rein mit meiner damaligen gilde noch irgendwie das war immer so und was ist dann hat er das irgendwann gedroppt und du hast es nicht mehr gebraucht ja doch aber so geil war das dann ich glaube dann kam die nächste erweiterung nee ich glaube dann kam die nächste erweiterung und dann war der ganze war das zeug hier quasi was vorher so episch war dann auf einmal wieder crap ich glaube wir müssen hier runter ja aber erstmal den boss ja general bernkrim oder wie der heißt ja ja vorsicht und tot ja geil warum eigentlich wir müssen rechts runter den brauchen wir nicht ja alles klar was läuft denn hier wegen dem blitzen das ist das Problem Wink Mann dann rennt doch alle nicht so weit weg ihr blöden Hunde echt was soll denn das rennt doch mir alle mal aus dem Dings raus wirklich also unklar rennt doch noch weiter weg von mir ich mach mal geist ich mach mal geist rein lassen ja da hast du den tipp im chat voll heal auf den tank bei dem boss da kommt dick schaden durch ja ja scheiße ich muss zurück 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 vor allem weil er auch die blitze hier raus knallt wenn er die blitze raus knallt werden die anderen echt heftig boah 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 erster down boah 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 oh Gott boah scheiße boah boah bro boah Schafft er, schafft er, schafft er, schafft er. Bam. Cool. Stoffintelligenz. Oh, Zwifelchen, ich hoffe, das ist was für dich. Nimm. Bist du schon wieder... Hast du jetzt Geist frei gelassen gemacht, oder? Naja, ich komm grad gerannt. Fuck, meine Waffen sind auch nicht gut genug. Ich hab noch so Pizzle-Waffen. 81er-Schild hab ich nur, ey. Ich brauch mal besseres Schild. Irgend so ein Burst, den der raushaut, äh... Der ist ein bisschen heavy. Hm. Tank, du kassierst zu viel. Äh. Man braucht die Scheiße nicht. Was schreibt er da in den Chat? So, jetzt mal hier die kleinen sammeln. Große Diskussion. Einfach durchrennen, ne? Einfach durchrennen und heilen. Ja, wie? Und heilen? Ich, ich... Wo ist die denn da, um zu heilen? Ja, pack sie mit dem Schild. Einfach nur mit dem Schild packen. Der Schild, der hat einen Cooldown. Äh, okay. So. Okay. Aber alle da? Alle angekommen? Alle lebt? Jupp. Alle da. Hui. Ach, hey, was geht denn jetzt hier schon wieder los? Na? Äh, äh, ähm. Ihr seid aber auch ganz schön ruhig jetzt hier, Leute. Naja, das ist jetzt gerade so eine Concentration-Phase. Concentration-Phase? Yes, in the face. Ja, das schmeißen wir die Kamera an, ich will es sehen. Ja, ich habe gerade eine richtig runzelige Stirn. Oh, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Vorsicht. Das gibt Falten in deinem Alter, Billy, denk dran. Das kann ich mir alles nicht weghellen, bestimmt. Ja. Pissnecke. Sag mal. In meinem Hochheilen, so. Das war knapp. Ja, das war schon echt, äh, lustig. Naja. Das wird, das wird gleich noch lustiger. Ja, ich glaube auch. Oh, Mann. Oh, da ist ja noch einer. What the fuck? Ey, ich bin Platz zwei. Geil. Geil. Da, Relikt von Ulduar. Was, wo? Wegen diesem Mist bin ich die Instanz damals unglaublich oft gelaufen. Was denn für ein Relikt? Ja, so Relikt von Ulduar. Das war eben halt für Ruf gedacht und so. Aha. So. Wolf. Inventar. Alter, ich... Wo rennt ihr denn immer alle hin? Ich hab euch nicht im Sichtfeld. Ey, ihr... Das geht da nicht. Gleich down, gleich down, down und fertig. Oh. Das sind aber kleine Ads. Trotzdem können die einen töten. Ja, da hast du wohl recht. Schwert. Stärke, Ausdauer, einhändig. Der müsste bestimmt besser sein, als das, was du gerade trägst. Bedarf. Wie ist der? Wie ist der? Gebt mir statt. Oh ja, das ist besser. So. Uh. Ich sollte vielleicht mal weiter rennen. Ich stehe mir da. Ja. Macht mir Scheiße. Ja. Aber zum Glück kommen die hier nicht so häufig, also nicht so in Massen. Scheiße. Ich bin benommen. Hallo. So, da kommen die nächsten zwei. Oder... Oh, vier. Entschuldige. Ja, nee. Kann man ja mal machen. So, aber Loot muss sein, nicht? So. Jetzt ihr. Oh, Vorsicht. Hier kommen wir dann weiter. So, von hinten zwei, vorne zwei. Oh, oh. Ich war ein Graum. Wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Ich sehe den Tank nicht mehr. Hier. Ja, hier. Heb mal die Hand, ich sehe dich nicht. Ich bin hier, hallo. Hallo, ich bin hier, ich bin hier. Fuck. Ich bin verängstigt. Warum? Weil er mich gefiert hat. Zwerge kennen keine Angst. Oh, was ist denn hier? Lade er. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Der Jäger ist ungeduldig. Ja, ein bisschen. Jäger, ich hau dich gleich so aus dem Bild, ne? Ich drehe dich gleich aus dem Bild. Ah, hier kommen die Blitze runter, ne? Von dem müssen wir flüchten gehen. Ich weiß nicht, ob das hier war. Ja, das ist, glaube ich, hier. Wenn wir den Dicken angreifen. Einer von den Dicken gleich. Da kommen halt so Blitze runter. Ah ja, genau, so kleine Blitzkugeln. Ja, ja, richtig, genau. Von dem müssen wir rennen gehen. Ja. Okay. Was hast du denn so für eine scheiß Stimme, Junge? Der ist im Stimmbruch. Ja, kommt immer seine Stimmbänder an. Also, da ist ja nicht viel zu erwarten. Also, entschuldige mal. Das ist ja lächerlich. Ja. Ecke. So, jetzt. Weg, 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 weg. Wo laufen sie denn? Ach du Scheiße, Alter. Was geht denn jetzt ab? Oh, oh, nicht gut. Nicht gut. Oh, shit. Oh, heil. Ei, ei, ei. Billy, wo rennst du denn hin? Ja, hierhin. Ja, nicht dahin. Du rennst immer aus meiner Reichweite. Ja, ich muss aber doch auf den Dings. Sorry. Aber irgendjemand muss den Typen hier mal gerade platt machen. Platt. Oh, fuck. Das wäre jetzt Intelligence entzaubern. Sollen wir mal mit den Regen stellen? Ja. Scheiß Wetter, hier regnet es die ganze Zeit, Mann. Aber der Regen tut gut, er tut dich heilen. Ah, bin ich Pflanze oder wat? Fotosynthese. Ja. Ich fühle mich heute so Chlorophyll, verstehst du? Ich könnte Bäume ausreißen, so fühle ich mich. Okay, Gras. Ach ja. Wir haben es auch fast geschafft. Wir sind bald durch. Hälfte haben wir. Loken fehlt mir noch. Genau. Loken, der Toten. Der kommt ja zum Schluss. Das ist der Endboss. Rechtsrum? Ja, ne? Äh, warte, 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 Storp erstmal zurück, wegen der Putt hier. Pass auf. Aha. Äh. Hol die mal. Ja, ja, ja. Jetzt. Geh weg. Ich bin Heiler. Ich gucke hier nur zu. Ich gucke hier nur zu. Hahaha. Ich bin Zuschauer. Ich sag ja, Kriegsberichterstatter. Hey. Also. Oh, hatte jemand Level ab? Ja. Hier, Oxy Main. Aber Oxy Main ist ein Vorrenner. Deswegen ist mir das egal. Verstehst du? Hm, verstehe ich. Gut. Schön, dass wir uns einig sind. Ja, ne? Ja. Oh, scheiße. Weg, 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 weg. So. Boah, ich hab wieder viel Stoff gekriegt, ey. Geil, Alter, geil. Geil. Da geht's in die Luzi. Ne, das muss Billy nicht nutzen. Ach ja, richtig. Da wird's richtig hängen, Flipper. Florin? Da kneift nicht nur der Gummizug. Ne, da geht's nicht. Oh, die Lache war auch gut. Wie der Roadrunner. Ne, gar nicht mal, nicht wie die... Wer war denn das? Dieser Vogel, der immer... Ja doch, der Roadrunner. Ja, wo die Woodpecker. Wo die Woodpecker. Hey, hey, hey. So ähnlich zumindest. Ja. Der hat sich noch ein bisschen besser angehört als ich. Als wir alle, sagen wir's so. Und nicht so abgespackt, die Scheißer hier, du. Jetzt geh mal kaputt hier, oder ich geb dir ein Erdbeerkäse. In the face. In the face, baby. Erdbeerkäse ist great in the face. Das ist nur so spritzt. Da wird die Lüft gleich dunner, weißt du? Die Lüft gleich dunner, weißt du. Müsst mich hier runtergehen, oder was? Jo, muss man. Da kommt aber ja noch so einer angeschissen. Gehst du hier runter? Ja, oh, da ist er schon. Ja, 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 alles klar. Willi, wo bist du? Ja, hier unten. Unten bei dem Dicken. Alter, jetzt, was ist denn hier? Habt ihr jetzt hier zwei getrennte Baustellen, oder was? Ja, wenn die anderen da hinten rumpimmeln und nicht dem Tank folgen. Ja, mey. Nimm doch den anderen großen mit. Oder? Nee, lass, ist gut. Fast. Ganzer Spezies. So, Loken. Der hat eine schöne Stimme. Loken, der Token. Token. Du alte Fischhauer. Token. Boah, bla. Du randern, die Feind. Kannst angreifen. Ich bin jetzt mal. Geschütz ausfahren. Bäh. Ja, Geschütz ausfahren. Das wär jetzt schön. Bäh. Ne, Billy? Ja, genau. Genau, das Geschütz von Borderlands. Vom, äh, von meinem Kommando. Genau. Oh, der liegt da ja schon. Ja, geht auch so. Oh, ein Schauberstab. Schuss, eine Schisswaffe. Und da kommt der Dicke mit das Fragezeichen an. Der Sturmbote El Jirin. Oh, hast du Lokens Zunge genommen? Äh, warte. Da kommt, da kommt gleich die eine Dicke, pass auf. Wahrscheinlich, ne, kommt doch nicht, okay, alles klar. Ich sag nix. Platte, Stärke, Ausdauer. Also wenn sie jetzt drei Quests zum Abgeben hat, dann hat sie die Zunge mitgenommen. Ja. Ja, ich habe die Zunge sogar zweimal. Geil. Doppelt hält besser. Oh. Und da kriege ich was. Oh, dat gefällt mir. Oh, geil. Geiler Scheiß, ey. Geile Brust, Alter. Ne geile Brust, ey. Ne geile Titte, ey. Ich habe Kippen. Ich habe Kippen. Mega Hupen, Alter. Was ist das denn? Nö, nö. 15 Stärke, 30 Ausdauer. 15 Stärke, 30 Ausdauer. Oh, ich habe übrigens auch ein Level ab. Oh ja, super, Glückwunsch. Ja, danke. Ich bin jetzt auch 78. Was ist denn wichtiger für mich? Ausdauer oder Ausweichen? Ausweichen. Beides ist wichtig. Grummel, grummel. Okay, dann muss ich nämlich jetzt, weil ich habe hier nämlich eine 23 Stärke, 19 Ausdauer, 20 Grit oder 15 Stärke, 30 Ausdauer, 20 Ausweichen, 10 Grit. Tu mir mal, tu mir mal, tu mir mal den Gefallen und geh mit der Maus mal über dieses, über die Klamotte und halte die Umschalt-Taste gedrückt. Kommt da jetzt so ein extra Fenster? Ja, also 8 Stärke kriege ich dazu, aber ich verliere 11 Ausdauer und 20 Ausweichen. Also ist nicht besser. Ja, weiß Bescheid, ne? Ja, weiß Bescheid. Ja, gut. Bescheid. Jo, dann gehen wir hier mal raus, ne? Gehen wir hier mal raus, ne? So, dann haben wir hier die Halle der, was, Blitze. Ja. Ja, genau. Auch geschafft. Wieder eine Folge mehr. Und, äh, wie sieht's bei euch aus, Level-up oder Level-mäßig? 79. Ähm, ja, 79. GZ, GZ. Mhm, cool, ne? Ich bin 78 und, äh, das lohnt sich ja echt. Also sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Sollten wir beibehalten und dann, äh, dass wir so schnell wie möglich dann halt auf 90 kommen, um dann die, äh, den 90er-Content zu machen. Hallo. Yes. Genau. Dann können wir uns dann ja auch wieder ein bisschen Zeit lassen. Jo. Mhm. Na? Aber jetzt erstmal würde ich mal sagen, müssen wir jetzt für diese Folge hier erstmal finito. Lieber Nico, Walte deines Amtes. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Jawoll. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schalt auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es hier heißt, die drei Bekloppen von der Tanke wissen nichts von nichts und keine Ahnung. Ähm. Hä? Hä? Wir sind die drei Jaws. Auf jeden Fall, man kommt drunter. Jetzt ist es aber nicht. Und, hey, wiedersehen, mal Freude. Hau ein Abo mal raus. Jetzt kackt der zwei aber gerade ab. Oder kack ich auch ab? Der ist kackt gerade richtig. Ja, ich sag auch mal tschüss, ne? Jetzt geht's wieder. Okay, tschüss. Ich mach's auch gerade ab. Ich mach's auch gerade ab. Ja. Tschüss. Jo, wir kacken gerade alle. Wir gehen alle kacken jetzt. Ciao. Ciao. Ciao.